Hallo und Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder das Spiel Dream Royale vor uns und das werde ich heute wieder alleine spielen. Ich habe keine Freunde, das wisst ihr auch schon. Ich würde sagen fangen wir einfach an. Oh, es wurde ein Match gefunden. Deine Sache. Match, 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 Match. Bellen nicht immer Solo spielen. Ich bin nicht so der Solo Typ. So, jetzt könnten wir rausspringen, mach ich aber nicht. Ach, ich land mal. Glaub ich hier. Wuhu. Was ich aber ein bisschen ungewohnt finde an Regiment Royale, ich spiele ja auch gern Fortnite, ne? Und was ich sehr doof finde, ist, dass man hier keinen Fallschirm hat und manchmal gewinnt sogar die Steuerung unter Kontrolle, habe ich das Gefühl. Gut, jetzt habe ich hier schon mal eine Waffe. Ich weiß, ich rede jetzt noch nicht sehr viel, aber konzentriere mich hier, weil ich gesehen habe, dass ich sofort im Gegner gelandet bin und ich will nicht wieder sofort drauf gehen. Da vorne ist einer. Nein! Och nö, ich habe den Fass getötet. Nein, lass es bitte. Nein, lass mich doch leben. Mann, ich armes Hühnchen. Ey, ich guck mir mal kurz, wie viel Leben der noch hatte. Ja, doch, der hatte noch vier Leben. Ach, schade, aber ich habe ihn sehr, sehr, sehr hoch gehittet, muss ich ganz ehrlich sagen. Für den Hook ist es schon ganz schön gut, so. Ich werde jetzt immer Magier spielen, also, was erzählst du? Hier muss ich hin und jetzt verkacke ich und ich forsch. Alter Schwede. Also ich rede wieder nicht so viel, weil hier einer ist. Was? Wie? Als ob die Waffe so viel Schaden macht. Alles klar. Och, leider bin ich jetzt wieder gestorben, aber ich lande da wieder. Ich verstehe nicht, wie der mich einfach mit diesem durchgetötet hat. Der hat einfach nur zweimal geschlagen. Vor allem, ich habe den ja auch abgeschossen. War ja nicht so, dass ich ihn nicht getroffen habe, ne? Achso, ich wollte euch ja den Mutantz zeigen, der ist voll bescheuert. Und ist der... Verklage, Emote. Ein Match wurde gefunden! Schöner Pferdearsch. Oh ja, ich habe mich mit ihm befreundet. So, jetzt erst mal zurück zur Lobby. Nein, Spaß. Shit, ich muss direkt abspringen. Ich bin dein Vater, Darth Vader. Einige Leute können sich voll die coolen Sachen holen und so. Von solchen Baustellen, aber ich, ne? Ich muss erst mal diese ganzen Dinger sammeln und keine Ahnung, was ich noch machen muss. Edeka, wir hassen Edelsmitte. Da ist ein Stein. Abbauen, 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 abbauen. Ich bin in Fortnite, nein, ich bin in Rimroyer. Also reißen wir uns jetzt mal zusammen. Ferdinand. Ich spiele mit Xbox-Controller und deswegen bin ich nicht so gut in PC-Spielen. Rüstung. Was? 58 Sekunden, so lange kann ich nicht warten. So, jetzt probiere ich erst mal die Sachen aus. Ah, ist klar, das ist Feuerball. Oh mein Gott, man kann sogar Sachen bauen. Das wusste ich nicht. Man kann doch Sachen bauen. Ich habe schon gesagt, man kann keine Sachen bauen. Man kann eine Mauer bauen. Cool. Weg, ihr Gegner. Braucht euch nicht. Man kann da sogar drauf rumtoben. Oh mein Gott. Ich kann ja fliegen, stimmt. Oh, jetzt hole ich mir übelst den Highground. Ich brauche mir jetzt eine Burg. So, ich habe jetzt meine Sicherheitsmauer. Nein, meine Mauer. Warum benutze ich nicht einfach mein Pferd? Ey, wenn ich jetzt wen treffe und zwar jetzt. Ne, hat niemand getroffen. Schade. Hässlige Bäume sind auch am Start. Ich suche hier die ganze Zeit Gegner. Ich weiß zwar nicht, woran es liegt. Ich glaube, die haben Angst vor mir. Okay, da ist ein Gebiet, was mir gerade nicht wirklich gefällt. So, jetzt mache ich das mal taktisch wie in Fortnite. Und zwar stelle ich hier einfach eine Wand hin. So. Nein, hier wurde schon gelootet. Ey, wäre es cool, gell, wenn man so, ähm, wie heißt das denn? So Schwerter schmeißen könnte. Vielleicht kann man es mit einer Wahn wegmachen. Scheiße, jetzt komme ich hin an den Dorf. Ich hasse es, wenn ich abgeschossen werde. Ich werde gerade hier mal voll im Brand. Ey, ich sage euch, erwartet nur da oben, dass ich hier rauskomme. Was ich jetzt auch mache. Ich wusste es. Weg hier. Aber schnell. Angst. Hilfe. Geil, ich bin ein Wünscher. Nein. 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 Oh nein. Die letzten sechs Sekunden. Kannst du mich nicht leben lassen. Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel, ey. Das war es mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch geschehen. Wenn ja, lasst ein Like da. Teilt das Video mit euren Freunden. Und viel Spaß mit dem letzten Teil. Das war es mal wieder mit dem Video 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 mit Video mit dem Video mit dem Video mit 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 Video mit